Ach, hier ein Quest, stärker ausdauer, das ist aber eins von den neuen Items. Oh, Stoffgürtel, hm hm. Wir lang hier. Quest beenden. Hüp, war das nur die eine Quest? Beziehungsweise die zwei? Hä? Ja, die erste von den beiden hatte ich abgegeben, während Kinsey da unten gefüllt hat. Ich meine auch vorher schon abgegeben. Von einem kleinen Totenkopf. So, ja, was geht denn hier? Man kann sich ja nochmal die Nebenräume angucken, die waren ja früher auch noch nicht. Ähm, ja mittlerweile portet er dich eigentlich nach einer bestimmten Zeit dann da rein. Ach, immer noch? Jaja. Und komm dann, geht dann immer noch das Event los hier, oder was? Na, du bist einfach reingeportet und musst dann von dort aus bis zur Tür wiederkommen. Du hast halt, ähm, Waffe, dass du langsamer läufst. Aha. Und du bist verfolgt. Okay. Ja gut, düster Bruch Ost. Boah, düster Bruch's hab ich auch nicht. Ort. Ost war ich schon lange dran. Ich bin immer noch... Denk an den kleinen Zwerg da, markiert den. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hier läuft. Boah, hier liefst fünf Quests. Alter Verwalter. Ja, aufpassen, dass ich hier irgendwo vorbeilauf. Ich habe kein Ziel. Wo ist denn der Wichtel? Da ist der Wichtel. Grüß du ihn. Grüß du ihn. Mach ich eine Zeichnung. Hallo. P-Markierung. Totenschädel. Den musst du jetzt Fokus drauf machen. Was hast du ja schon... Stern? Stern war meiner. Ein Stern. Ich brauche ein Ziel. Die machen immer als erstes Schaden auf den... Einfach den größten Mobben. Ich habe kein Ziel. Ja. Dann geht's halt. Danke. Oh, ich sehe gerade meine Feiertagspaketchen ist ausgelaufen. Oh. Oh, gut, dass du das sagst, meins auch. Ja, komm. Ich denke einfach den nächsten, was soll der Scheiß hier. Das lädt immer noch auf. Ich brauche ein Ziel. Was? Pflanzen an Blähungen. Wie hast du das gesehen? Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Wie geht... Kann ich die auch Kirsch nehmen? Nee. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ach Leute. Kann ich das nicht entspannen annehmen? Kann ich noch nicht wirken. Ich glaube, du kannst entspannen zum nächsten. Ich habe kein Ziel. Ich bin der Geld jetzt. Oh, guck mal. Ich habe ein Ruch erworben Kapsel. Ich habe den Beutel von den letzten, den ich noch gar nicht geöffnet habe. Oh, stimmt. Ich auch nicht. Gibt es die Quest noch für die Rundumknolle? Anscheinend nicht. Knolle? Ja. Hier gibt es eine tolle Knolle. Die tolle Knolle hieß es, glaube ich. Die Quest. Sag mal, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Die Hydra hat Spotten an. Hat kein Spotten an. Ich kann nicht spotten. Tobi, guck mein Buch an. Die Tiere haben alle Knurren. Oh, tatsächlich. Aber das ist nicht unten in der Leiste. Das ist nicht immer in der Leiste. Das habe ich dir vor einer halbe Stunde schon gesagt. Aber du hörst ja nicht zu. Nein, nein, nein. Dann habe ich es nicht gehört. Er kommt wieder durch, Mann. Oh, die hat auch Buff? Frag mich einfach, Mann. Das lädt immer noch aus. Was denn eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob ich gebufft habe oder nicht. Ach, wie cool. Oh, scharfe Sinne. Hydra schärft ihre Sinn und erhöht die Meisterschaft aller Gruppenmitglieder. Äh? Was für ein geiler Absatz. Was denn? Das ist aber ein gutes Pad jetzt. Warte mal. Ach doch, da hinten ist Pussy. Pussylein. Dein Pussy. Ich brauche ein Ziel. Ja, aber irgendwie hat es nicht geklappt gehabt, obwohl ich es gedrückt habe. Ja, weil... Ja, weil... Ja, weil... Die Meisterschaft alle Gruppen und Schlacht aufgetreten sind. Hat ihr gerade schon Meisterschaft angebaut? Nein, wir haben keinen Meisterschaftskraft. Nein, wir haben keinen Meisterschaftskraft. Ausdauer... Ach so! Ne, Tempo und Mehrfachchance. Angriffskraft. Was? Seit Info? Ach, komm, die lassen wir aus, die längs. Komisch, das geht nicht. So, Pussylein und nehmen. Denken an meine Orte. Ich werde euch für den Wicht. Da geht's zu Wicht. Und Tote? Schurke? Ne? 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 Hummini Wo da drüben ist die Quiz. Da ist die Quiz, aber erst hier unter Ah, Kelly. ...oder頭 Ich hab nicht mit uns die Karte gehen. Zulner muss er noch ganz zurück Von hier unten Wie hier unten ist ein Boss nur Ja! Weil da ist nämlich unser Nawini Lew der Kleine Clean Jaja, ich hab nur auf der Karte Verdeckt glaubt mir ich kenne ihn in und auswählen war ein was wieso ich weiß dass ich dir keine akku abnehmen wenn ich zuerst den und anschließt da bin ich da bist du er kann jetzt erst mal liegen bleiben wenn er voll hat es nur bis ich 42 bis hat es nur ab wieso was hast du denn dann schon sehen was heißt das jetzt wenn ich mit pussylein ich sage ihm stirbt jetzt gegen Pussylein noch mal ein paar Jahre der Ebergeber rechts hoch was sind denn ich nicht in der Verfassung auf durchgeknallte Jäger noch mit und den Blutten der Landwürttemberg sie haben auch ein Ziel heute kann man auch wohl heute kann man 8 ein Jäger denn heute war nicht mehr und da kommt der Kälte der Kälte neben dem Staukommission und Da hol ich nur mein Bärchen raus und dann ist es vorbei mit dir. Jaja, mit dem Level 100 Bär kann ich auch nicht kommen. Nein? Warum nicht? Ach ja, hier ist unter dem Knoll der Surprise, ich mach mal Bedarf. Uh, ich hab ein Special Rezept. Bucht der Zauber, was? Das Gegenstand, okay. Sachen gibt's, weiß ich gar nicht. Ähm, wo geht's denn da hinten runter eigentlich? Ach, da ist raus. Wieder, wieder links raus da oben. Ja, da hinten ist nur ein Ausgang. Ich bekomm aber irgendeinen Buff hier. Achso, das war... Von dem komischen Panda da. Sag mal, hast du nicht Hunger, brauchst nicht ein bisschen Bambus? Ich glaub, da hinten wächst welcher. Vielleicht kriegst du was mit dem Buff. Das kann anders als Bambus, ja, stimmt. Ich will Abfang haben. Aber ich kann ihn auch ärgern, diesen Tank. Was? Na, mir fehlt noch 20 Prozent, da kann ich ihn ärgern. Ich kann ihn jetzt schon ärgern. Ich setz mich dann einfach hin und guck zu, wie ihr versucht zu tanken. Wenn ihr mich ärgern wollt. Ich habe kein Ziel. Und mit euren Pads, ja. Gut, ihr könnt es versuchen. Ja. Wann habe ich ein Pad? Wann habe ich ein Pad? Aber ich kann aber auch spotten. Das kann Salzheel da spawnen? Echt ein Spott? Glaubst du nicht? Das macht Sinn, ja. Das macht Sinn. Warum müssen wir deinen Nagen kommen und nicht irgendwas ausdrücken? Hast du gesehen? So wenig wie möglich. So viel wie nötig. Was? Ne, ich habe nicht drauf geachtet. Guck mal, der eine kleine rote hier. Der lila, der geht auch nicht los. Ja. Kannst du auch verhalten jetzt. Ist deiner. Genau. Mich stört das doch nicht. Mit Level-Dick, da brauchst du eigentlich nicht mal nen Heal, da brauchst du auch keinen Tank. Du könntest ja eigentlich mit 5 DDs durchrennen. Also Level-Dick. Dann haben wir ne... Genau der... Ne, der anderen... Ich habe keinen Ziel. Schau die Treppe hoch, die Treppe hier hoch. Ja, ja. Da hatte ich einen Paladin, der ist auf... der ist als vergeltert durchgerannt und hat... und hat selbst Tank angemeldet und am Ende ist er verreckt und hat sich dann noch beschwert. Aha. Und ich habe von vornherein gesagt, ich würde ne Tank-Skillungen reinhauen. Ne, das geht auch so, das geht auch so. Und die olle... Olle alle looten, ne? Die hat ja Seilenstoff dabei. Das was er braucht. Feinste Seile. Ich brauche ein Ziel. Au, Band der Lebenskraft. Geil, meins. Nicht da runter, hier, wieder runter. Röger ist auch ein tolles Auferstart für die Quest. Hier, links runter und an den Weg ran, genau. Wieiii. Nö. Was? Ich habe keinen Ziel. Setz mich jetzt hin. Ich brauche hier sitzen. Nö. Geh weiter runter. Ja, doch. Warum? Was? Die Polen immer. Die Polen. Quatsch. Alles Russen. Ja, genau. Die Russen. Habt ihr mal ein BG mit nur Russen gesehen? Dann verliert die Allianz automatisch. Warum wohl? Ne. Das was können. Ja. Ja. So, ich mach mir gleich ein Makrofil. Ich hab Spaß beim Heilen werden. Och, die können ja auch alle heilen. Ja, dann kriegst du hin. Weniger Arbeit und krieg trotzdem OP. Geh ich auch Loot ein bisschen? Gibt's ein bisschen Loot? Ups. Das war nicht mit Absicht. Was? Viel Spaß. Wieso heilst du nicht? Ich krieg doch gar keinen Schaden. Guck mal, so gut das hängt. Ich krieg gar keinen Schaden. Warten, du sitzt doch irgendwo oben. Ne, ich sitz nicht. Ich tanze. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein 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 Ziel. Ich schwör mal zu. was? uh 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 Ezra. Das war ein Boss. Ja. Spass. Was vergessen. Krieg dann reverbаст. Es gibt so eine Landetzung. Bestellachanung, ne? glaube ich, es gibt unsere EUL geronne. Gibt es nicht. Killdleich unmophil. Ich pack die Rohstoffverbände aus. Vergiss ihn nicht zu looten. Ja. Er hetem. Mussten wir hier rüber, oder nicht? Nein, hier rüber, glaube ich. Oder musste man den Weg da hoch? Weiß ich gerade nicht. Ich auch. Kann mich selber noch so folgen. Mach da mal Pause, ich bin mal zu Wasser. Ich habe kein Ziel. Jetzt noch rülpsen, bitte. Nein. Leitungswasser. Besser bei Erkältung, wir haben nur Sprudelwasser hier und das ist nicht so toll. Mit dem Hals. Doch, da oben ist auch irgendwas, glaube ich. Muss ich denn looten? Nö. Kann ich eh nicht Kirschen an. Der random wundert mich ist, hä? Ich mach mit das. Ich habe kein Ziel. Oh oh. Und nichts tut. Ich habe gestanden. Ich brauche einfach. Glauben, müsste man jemanden anders auch folgen gehen. Tobi, ich glaube, ihr hast meinen Folgen. Ich habe ein bisschen geträumt jetzt. Ich habe es gemerkt, aber ich wollte ja noch totstellen oder Rückzug machen. Ging nicht. Warte, toll. Diri, dir, 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 dir. Uh. Wieso? Gehe ich gleich bei dem Bär auffolgen. Geht das eigentlich? Wollen wir Pats auf Fröten gehen? Ich brauche ein Ziel. Nee, geht nicht. Man kann nicht nur in Truppenstelle gehen. Ich habe kein Ziel. Der Tod ist Bär. So. Der Bär macht bessere Arbeit als du. Gehe ich nachher gar nichts. Ich laufe er nur hinterher, den Zuber. Da habe ich doch nichts. In den Kommentaren mach ich noch mal folgen als Zuber. Nee, mach ich jetzt bei. Beim Geeler. Ihr wollt meine Hydra opfern. Hätte? Ach, das ist noch 36. So, jetzt hier den Weg zurück. Gehe ich nicht runterhüpfen? Nein. Ich dachte mir wäre eh falsch, oder? Mann, das ist aber still ich dir in Stunt. Ich brauche ja gar nichts machen. Du lässt mich sterben, damit du nichts machen musst. Ja, komm. Nachdem stellt sich tot. So. Geh hier links rum. Komm, hier links. Geh dann bei mir auf folgen. Und dann geht der nächste bei dem auf folgen. Und dann hier durchs Wasser. Nee, Sonnenklaas. Ey, wollen wir da hin kippen? Das ist ein bisschen. Dann brauchst du die ganzen Scheißdinger da oben nicht machen. Dann brauchst du nur noch die Gruppe hier machen. Oh, da links war auch einer. Oh, unser Tank tut mal wieder was. Hm. Okay. Das hat mir jetzt schon wieder gereicht... Ich habe kein Ziel. Ich weiß... Hier war doch auch mal ein Schurke. Hier ist auch viel eingeschnappt, der Kerl. Ja, das ist sowieso doch ein eingeschnappter Tank hier. Aber jetzt würde ich mal ein bisschen rauskommen, Tank. Guck mal was. Ja? Nö. Boah, ich will Level abhaben. Hab ich wenigstens mal Zeit Zielmarkierungen zu setzen. Ich seh das schon. Oh meine Mann. So, was haben wir denn noch? Ein Stern, ne? Genau. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Also den nächsten Boss kannst du selber töten dann, ne? Ich habe kein Ziel. Tut der Tank irgendwas? Ne, ne? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Sonst jetzt mach ich auch folgen mal. Ja, Timm doch. Wenn wir beide auch folgen, dann ist hier ein Satz vorbei. Also ich finde, Kinsey soll dir folgen, Gantu, du folgst Kinsey. Ja genau. Ja, ne? Was ist denn mit ihm hier? Ach, ich wollte ihn doch ansprechen. Du, du musst doch nichts besser gesagt. Ja, aber lesen tue ich gerne. Er hat nur gesagt, ey Arschloch. Ey, dann ist los. Der, der sagt nur Scheiß-Tinx, ey. Der kann nichts. Lass mich stehen. So. Der rennt ja weg vom Kinsey schon. Der rennt ja direkt wieder beleidigt, wie immer. Na, beim Joby gehe ich nicht auf Folgen, der stirbt so schnell. Ja, nur weg, weil du nichts machst. Hm, das würde ich so nicht sagen. Ich habe einen Spieler markiert, äh, angevisiert und, äh, rechtblick und Folgen gedrückt. Das ist auch was. Du bleibst wenigstens immer in der Nähe, um die EPs abzugreifen. Ich schläg dich hin. Ja, das finde ich eher besonders gut. Ich brauche ein Ziel. Oder bei einem nächsten Boss ist aber dabei. Das ist natürlich doof. So. 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 Stelle ich so. Dann ist, ich sag folgen, glaub ich weg. War nur kleiner Trick von mir. Alles klar, dann muss ich dem... Und alle, alle. Und alle, alle sind jetzt weg. Ich hätte mal Healer spielen sollen, dann hätte ich euch sterben lassen können. Ja. Das ist immer. Ich ist... It's too late to one. Diese Macht habe ich nur noch. Ja. 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 Das ist schon der Endboss, ne? Ja. Gott sei Dank. Ja. Den nehmen wir auch mit. Den nehmen wir auch mit. Das lädt immer noch auf. Ja. Nach D2 habe ich Level Up. Ich habe kein Ziel. Das sollte Level Up haben. Nein. Über 100%. Das ist immer schön. Ich habe kein Ziel. Hä? Hä? Dein Hydra sah gerade witzig aus. Ein bisschen über den Boden geslidet. Ja. Ja. Ich muss hier rauslassen. mal abkaufen, ne? Äh, du weißt schon, was hier noch Ads sind, bevor du den Boss pullst. Ah, Papa, la, pap. Der Boss beschürzt nämlich auch Ads. Ach noch und lassen Sie doch. Ich brauche ein Ziel. Was gehört gerade, du sollst erst mal ein Ruhlong hat? Ich habe kein Ziel. Einzelne, wir nicht. Und lassen ja nicht sterben. Danke. Ah, ich bin entwaffnet. Ich stell dir das vor, ich... Ich kann trotzdem noch anstürmen. Mit meiner Faust. Ich habe kein Ziel. Kann ich noch nichts tun. Ah, was haben wir da? Nettel. Doch. Direkt an euren Kristall hier hinten. Sind die... Zauber am Erdstauber? Ach, ich bin ja Kräutertussi. Äh... Deswegen gehst du nicht. Und macht eure Kiste damit auf. Was? Äh... Ja. Dann auch noch die Kiste in der Tasche. Muss sie so ein Stein schieben? Und dann einmal aus und wieder raute und dann wieder rein. Ach, dieser kleine Splitter, ja. Gibt's da hinten das Erd noch? Ach, ich... Ich bin immer noch Kräutertante. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Jetzt will der auch noch seine Hose ausziehen. Hast du gehört? Wie kann man die Quest abgeben? Äh... Einmal raus und wieder rein. Raus und wieder rein? Wie geht das denn? Oder hast du das mit dem Steinchen noch nicht? Doch. Gut. Dein Auge, dann an der Rechtsseite. Das grüne Auge. Einmal aus der Dungeon raus porten und dann wieder rein porten. Aber das ist ja auch einfach nicht. Aber das ist ja auch einfach nicht. Das ist ja auch einfach nicht. Ich will mich in Stanz verlassen gehen. Reh... Hirsch. Bleinghirsch. Kontra. Naja, Thorium. Ist das tatsächlich? War nicht einer von uns Bergbau? Gezowa, genau. Zwei. Da hinten wäre ein fettes Thorium vorkommen gewesen. Gewiesen? Was heißt gewesen? Naja, du bist jetzt weggelaufen. Ich glaub nicht, dass du das nochmal holen willst. Äh, Kitsi, wo bist du? Ähm, immer noch an der Instanz, ja. Ja, aber kommst du nicht hier hoch, um dann die Quests abzugeben? Mach ich doch jetzt. Alles mit der Ruhe. Zum Dungeon teleportieren. So, hallo Oga. Na so, wie geht's? Ja, kenn ich. Was? So, das ist ja ein Festgeber, stimmt ja. So, wollen wir noch einen, oder nicht? Na, ich weiß nicht. Äh, ich weiß nicht. Nein, ich denk nicht. Also ihr wollt keine mehr machen? Mhm. So, heute keine 45 mehr. Bunte Truppe hier. 42, 42, das passt doch gut. Ja. Oh. Leicht sich so langsam an. Ich geh immer aus der Instanzgruppe raus. Ähm. Und dann würde ich sagen, für heute... Ja, machen wir für heute Schluss. Genau. Wir sehen uns ja dann... Ja gut. Ja gut. Ich muss grad selber mal auf Lindashi gucken. Ja gut. Ja gut. Ja gut.